Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstens Küchentraum. Ich möchte euch heute ein richtig tolles, gefülltes Pita-Brot zeigen. Ja, die kamen wirklich super gut an. Und du griffst meine ganzen Videos. Auf jeden Fall sind die super gut angekommen. Sie haben allen gut geschmeckt, auch hier Mr. hat sie super schnell und ratzfatz aufgegessen. Ich habe mir gedacht, ich mache das Hähnchen so ein bisschen orientalisch und das passte einfach super gut. Für das Joghurtdressing habe ich mir eine super schnelle Variante einfallen lassen. Ihr könnt euch das natürlich auch selber mit ein bisschen Petersilie, Schnittlauch, etwas Salz, Pfeffer, Knobie, Zitrone und so weiter selbst zusammenrühren, wie ihr das mögt. Ich habe auch schon ein Video, in dem ich euch zeige, wie ich meinen Joghurt selbst als Dressing mache. Das verlinke ich euch einfach unten in der Infobox, dann könnt ihr da vorbeischauen. Aber wie gesagt, für dieses Rezept habe ich mir eine schnelle Variante mit den Knorr Gartenkräutern rausgesucht. Und ja, ich möchte euch jetzt die Zubereitung zeigen, die wirklich schnell und einfach ist. Und hoffe, ihr macht es nach, denn das Ganze ist wirklich super lecker. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschau, bis zum nächsten Mal. Kommen wir nun zu den Zutaten. Als erstes benötigen wir 5 Pita-Brote. Dazu dann 5 Blatt Salat, eine halbe gelbe Paprika, 6 Cherry-Tomaten, 2 Frühlingszwiebeln und ein viertelstes Stück Gurke. Außerdem brauchen wir ein leckeres Dressing, 500 Gramm Hühnerbrust in kleine Stücke geschnitten, ein halbes Stück Feta-Käse in kleine Würfel geschnitten und eine leckere Gewürzmischung. Die genaue Zusammensetzung und die Mengenangaben dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Ich habe es mir diesmal wirklich einfach gemacht mit meinem leckeren Dressing. Und zwar habe ich einfach 200 Gramm Joghurt verwendet und diesen mit einem Päckchen Knorrsalatdressing verrührt. Schmeckt richtig gut und passt auch sehr gut dazu. Dann nehme ich mir die Gewürze mit einem Esslöffel Öl, vermenge das Ganze richtig ordentlich, denn damit werden wir gleich unser Hühnchenfleisch würzen. Und wenn alles richtig schön verrührt ist, wird das Ganze einmal richtig schön scharf angebraten, damit ihr richtig leckeres Fleisch bekommt. Und dann nehmen wir uns einfach noch unsere Pita-Brote und die werden obenrum mit Wasser bestrichen und die lege ich dann auf ein Backblech. Die kommen bei 180 Grad für ca. 5 Minuten in den Ofen. Dann ist auch schon die Vorbereitung beendet und wir können unsere leckeren Pita-Brote füllen. Ich habe das als erstes mit dem Salat gemacht, verteile dann noch ein bisschen Paprika. Gurke, Frühlingszwiebel, Tomate und Feta darüber. Gebe dann etwas von dem leckeren Hähnchen dazu, ebenfalls was vom Dressing und bei mir kommt dann nochmal Feta oben drüber, weil ich den wirklich über alles liebe. Ihr seht also, die Zubereitung ist wirklich super schnell und einfach und es ist dazu noch richtig lecker. Und ich kann euch auf jeden Fall das Ganze nur als Herzlenk probieren. Probiert es aus, schmeckt so gut. Und jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir Feedback da lasst und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.